Und danach werden wir an Lattung ein Veranstalter von Kiki werden. So, wir haben ja hier nach ein After Demo Party. Kommen wir da hin? After the Demo Party findet statt ab 22 Uhr im Schönwetter im Mauerpark. Wollen wir da alle hin? Jawohl! Und jetzt machen wir einen kleinen musikalischen Break, weil wir wollen ja auch ein bisschen feiern, oder? Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Ja, super! Ich bin der Belia Supersonica und ich habe noch so einen klitzekleinen Ema-Track vor euch gebastelt. Also das ist mein Beitrag, um der GEMA Zeichen zu setzen. GEMA Zeichen 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 GEMA Zeichen